hallo willkommen zum heutigen skyfactory 2.5 mit dem stefan hallo ich bin unten unten bin ich also erstmal danke für die ganze resonanz die wir wieder bekommen haben und zwar habt ihr uns unter anderem in die kommentare geschrieben es gibt einen ender Kuchen beziehungsweise ein Endcake wenn man davon isst landen man sofort im End das ist natürlich jetzt die Lösung für unsere für unser Problem mit dem Endportal so kommen wir dann über den Weg ins End und dann ist gut was ach das ist der den habe ich schon mal gebaut ok echt ja aber irgendwie da musst du Hunger haben genau also wir brauchen auf jeden Fall eine Hungerkeule wir haben schon mal angefangen einen Bogen zu bauen mit Power mit Power 5 und Infinity ähm ich glaube ich glaube ganz klar dass der das er sogar reicht jetzt hör mal auf mich zu hauen alter ja ich habe auch noch ein kleines bisschen was war haha daneben hier hinten eine kleine Pink Slime Farm hier wir umschalten da kommt Kühl raus in den Drum da kommt der Pink Slime rein und hier kommt der Meatpacker da kommt die das Coop-Flash rein und wir dann hier zum PS ja genau rot beef beef? wer? ja und dann wird noch später kommt dann nämlich noch was ganz ganz geiles du hast ja die beiden Sachen auch noch hingestellt ja die sind eine ganze Weile da das sind die die in Sensoren verarbeiten also hier wird automatisch Sensoren verarbeitet das habe ich ja auch schon mal gesagt wo ähm also wir haben Sensoren im System haben wir automatisch da verarbeitet für Nita damit wir dann das Liquid Kryotolm bekommen ähm den habe ich auch schon wieder ein bisschen weiter gemacht ich habe jetzt hier hinter wird die Rots gezogen und hier hochwärts bis dahin und der macht jetzt aktuell zweihunderttausend elf bruttig also ist schon ein Monster aber wie gesagt ist immer noch keine Kühlung drin also Kühlung kann ich auch erst machen wenn ich einen wenn ich die ganzen Rots habe ich habe die auch in meinem 3er Abstand gemacht das reicht auch das ist mehr als genug also alles andere wäre wirklich ja gut okay Problem ist halt ähm ich kann ihn nicht mehr so viel größer bauen weil ähm das ist schon maximale Größe ne halt jetzt von den Rots her weil die Batterie nimmt aktuell nur äh 300.000 bruttig an das heißt ich muss dann auch die Batterie ja ich muss dann auch die Batterie vergrößern wenn ich den Reaktor vergrößern sonst verschenkt man ja Material so ich werde schon mal den oh was fehlt uns da der Golden Apple fehlt uns da hast du den jetzt gebaut ja hallo ich will den auch nicht bauen man aber nicht essen NEIN ich hab Schiff gedrängt man ach komm alter Age of Ender Ender habe ich jetzt nicht gemacht was 64 Age of Ender also Ender Augen egal wichtig ist nur dass du nicht so viele Kuchen hast aber bitte noch nicht essen mit dem Kuchen weil ich hab nämlich noch keinen Hunger ähm und vor allem füll dich vorher nochmal komplett auf mit allem hast du ihn gesetzt? ne ich hab ihn zugeschmissen ja setzen kannst du schon also ich glaube man zumindest dass man den setzen muss jo da ist nur ein Stück dran du musst eh zwei davon bauen ich hab ich hab noch einen ok dann setzt du einen auch hier oben hin und jetzt dann hier zusammen machen beziehungsweise bau eventuell immer noch einen dritten na das schafft er nicht in der Folge in der nächsten? eh noch paar Vorbereitungen so ähm das heißt dann für uns auch wir können in wir können dann jetzt auch bald anfangen mit ähm ähm alter das hat mir sogar richtig Schaden gemacht alter äh da war ich mein ich mein ich mein jetpack ja aber guck mal muss Geschwindigkeit mal runterdrehen ich weiß ich wollen wir eventuell noch ein anderes Schwert bauen ich hab das Ender ich hab das Ender Schwert ja hab ich auch aber das macht ja kein Damage also was haben wir denn noch so schön ähm 5 7 9 7 7 7 ja was so 19 awakening draconian broadsword draconian broadsword das kann man nur gießen ne ja ja das kann man nur gießen auch schon besser so gibst du eins auch? ne schade ich hör doch mal auf wie ich zerhauen mal an du lachst du lachst ach ja wir haben was vergessen in der Folge aaaaaaah hehehe alle platten sind aber auch schon wieder teilweise voll ich muss wieder neu herstellen wie schon voll oh ich hab ne halbe Hungere Keule oh ich jetzt auch wollen wir fertig machen na los geht nicht lol hehehe wir brauchen noch mehr Hunger geht es so weg meine ist weg meine ist weg und jetzt ich habe ich denke mal dass du das brutal äh wahrscheinlich gießen musst äh gießen sag ich schon das erstmal hinstellen musst mit diesem komischen Teil hi hehehe ja aber haben wir die wie heißen die die rahmen guck guck es gerade ich habe es gerade nur Ender gerade eingegeben ne End Portal Frame wird geschrieben mit Gaia Spirit oder halt wirklich aus dem Legendary Root Bag weg aber da haben wir bis jetzt noch kein einzigen raus gekriegt und wir haben schon so viele aufgemacht davon und wir brauchen wie viel 16 ne 12 das muss ein 3x3 fällt sein 3x3 fällt 3x3 fällt und drumherum jeweils sind die Dinger die Ecken sind frei also 12 ja ist doch scheiße ich denke mal das ist dass man halt nur so ins Portal kommt weißt du spielt die Lava eigentlich überhaupt ne Rolle äh ich habe keine Ahnung ich denke mal schon dann setzt man das auch mal genau so hin wie es eigentlich sein wollte Lava unten hin also unten drunter und dann einfällt darüber kommt dann halt das mit dem Enderkram und dann mal gucken ob es geht ja wie gesagt äh wir müssen ja irgendwie da hinkommen weil ansonsten kommen wir ansonsten kommen wir ja nicht weiter ja was was ist doch so in deiner Quest achso ich hab noch das Buch Borg Krimine ah ich geh mit dem Buch so schauen wir mal und zwar das haben wir alles gemacht haben wir alles gemacht Craft & Iron Seed da bin ich grad dabei Crow Pulse Speed Up Crow hab ich gemacht das bauen wir nicht das bauen wir nicht so Fly können wir äh fliegen können wir Angel Block haben wir noch reingebaut eine Blume in fünf verschiedenen Biomen pflanzen geht nicht so ähm Kill a Wither so Travel to the Nether Travel to the End Kill the Ender Dragon Hedge a Dragon Egg and drain it ja toll Crafted Junk Loader haben wir das haben wir gemacht Passiv gekühlten Reaktor von Big Reactor haben wir ein Active Cooled Reactor das mach ich jetzt gleich Create a Maximum Size Reactor das haben wir so Create a Turbine von Big Reactor haben wir noch nicht so Produce 1.011 Potick haben wir Produce 10.011 Potick haben wir Produce 100.011 Potick haben wir aber die Million haben wir nicht ne ne schade dann gib mal Gas alter wir müssen 248 Node Attractments konsumieren Build an Infusion Alter Build an Infusion Alter Build an Infusion Alter ok oh wie war das nochmal mit dem Pink Slime Mall ja in in Ding reinpacken in den Viererfeld eigentlich das Viererfeld ach Junge haben sie mit Buckets oder was hast du hast du Pink Slime in dem Bucket warte nur ein warte wie ja du brauchst nur ein ein Bucket ich mach Pink Slime rein schütten da rein ja jetzt so die die tust du es hm hast ihm nichts getoppt nö das ist und vermies aber genau so geht es Aber noch ein Safari-Netz? Ja. Äh... Ich meine, du kannst viele davon spawnen? Du kannst, äh... Alles spawnen da drin. Na dann los! Zack! Yeah! Komm, 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 komm! Wer zu schleimen? Braucht das mal lang, oder? Ja. Komm, wer zu schleimen, dann hauen wir die um. Nix! Ja, der weiß, dass du entfangen willst, deswegen wird das kein Schleim mehr. Jetzt. Hast du? Ja! Wiii! So, erstmal den Kuh raus. Nein! Dann! Hast du zu mir gewesen meine Axt? Ich hab keine Axt. Äh, meine Spitzhacke. Meine Spitzhacke? Ja, weil du gerade so schnell dahinten alles abgehauen hast. Ich hab ne... Effizienz 3 Spitzhacke. So. Mein Max hat meine Effizienz 5 Spitzhacke geklaut. So. Pack! Warum Paint in Glowstone? Wieso komm ich hier eigentlich nicht rein? Ich werde mich verraschen. Wirst du mich verraschen? Ui! Mein Schmerz? ich musste die als blöcke ja sammeln und dann muss nicht da mussten die in ofen und dann krieg ja diesen und wie heißt das teil pink slime crystal willst du das nicht für was brauchst du denn für den für den dinge oder für die ja spreche ich dafür aus wie heißt das gerät das was aus dem boden er zu holt der sattel genau das willst du überbauen ja okay dachte ich mal baue ich mal weil zwei teilweise aus dem grund wegen niederquartz gut bietet sich auch andere über ist überall ist aber ist sicher die gehen aber nicht es hat so klar ich kann den bauern ja schon sollte das er würde keine items bringen eigentlich der muss auf bedrock zeigen nein du kannst es gerne probiert trotzdem aber rein theoretisch müssen muss ich glaube ich auch auf bedrock zeigen als wenn ich mich nicht ganz täuschen also naja man ich will es den ender drachen umklatschen dann geht doch hin können sie meine kommentare schreiben ob es noch irgendwelche andere möglichkeiten gibt dass wir den umhauen können weil wir brauchen auch dieses herz für dein malien herz anschalten der plant aber das jello riet er nur von der anderen seite 640 kraft och manu das habe ich so gefreut dass wir die endersachen umklatschen können aber warum geht das nicht alles klar wer hat hier extra und gelassen dass es doch voll ist wer ist voll ja das mit den roten kristallen war bestimmt flur gewesen abmahnungen welchen groten kristall in der flut bei gut von zuhause und so achso ja er füllt den ding in der füllseite einfach so ich habe noch mal so ein kuchen geburt und ich komme mehr hunger ich kann ja nicht essen na gut ok da würde ich mal sagen wenn es sich gefallen hat sehen wir uns im nächsten mal wieder bis dahin tschüss tschüss